Das ist hier Albersdorf, im Kreis Dithmarschen. Rechts geht's noch, Steinzeitparkmain. Parkplatz. Hier ist Landwirtschaft. Heute ist Pfingstmontag, 20. Mai 2013. Links geht's nach Westrein. Albersdorf ist noch ein bisschen größer hier. Der links steht. Ja, das ist ein Glück, dass wir auch noch Bremsen haben. Und so schlecht ist das gar nicht hier mit mir. Dann fahren wir geradeaus, Tallinn steht. Siehst du? Sieht hier gut aus. Aber nicht den Tag vor den Abendloten. Beweis. Albersdorf. Hier ist eine Bahnlinie. Eine Bahnlinie wahrscheinlich. Da ist ja in Hamburg da letztens was ganz Schlimmes passiert. Da hat der RKN A und der HKT, die haben einen Deutschen auf die Bahnschienen geschleuert. Was wir fast überfahren worden. Kleine Streitigkeit. Und ich glaub der Haupttäter war RKN A. Da sieht's jetzt vom Tjahre wie das. Und der Deutsche, der ist in der Behindert. Tjahre sitzt da ab. Steigt und weich. Das kommt damit. Jetzt kann ich fröhlich lachen. Der andere ist vor dem Behindert. Ja. Aber hier wird das nicht passieren. Ich glaub nicht in Albersdorf. Ja. Das ist in Hamburg und das für den Westen zu passen. Und hier doch nicht. Ja. So. Das war. Pfingsten Montag in Albersdorf. Hier nochmal. Frennholz zu bekommen. Und tschüss. Das war's.